Mamas Schule Spielt hier Ich bring euch gleich was leckeres Hier habt ihr einen Keks Kommt, wir teilen ihn Die eine Hälfte kriegt Karl Die andere Baby Man muss teilen Schmeckt's? Wir haben alles voll gekrümelt Was wird Mama sagen? Oh, jetzt ist es noch schlimmer Kinder dürfen nicht dort spielen Wo es dreckig ist Wir müssen den Teppich ausklopfen Aber auf kahlem Boden Ist es zu hart für Karl und Baby Das sind weiche Teppiche Für Babys Ein blauer Mit einem Flugzeug Der rote Mit einem Seestern Der Orangene hat Quadrate Das ist ein Igel Ein Haus Eine Blume Ein Fisch Noch ein Blümchen Der letzte ist mit einer Erdbeere Was für einen tollen Teppich Wir gemacht haben Bibi, komm her Setz dich Wo ist Karl? Schau mal Karl Was wir für einen Teppich gemacht haben Karl mag das Flugzeug Am Ende Ange Schau mal Ange Schau mal Ange Schau mal Spiel hier, ich komme gleich. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Verindert fallen f Also f f Arsch Sattel 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 Ich habe den sauberen Teppich gebracht. Kommt drauf. Hat es euch gefallen auf den Teppich? Oh, wieso isst du Kekse auf dem Teppich? Weil wir einen neuen Teppich drübergelegt haben, der den Kleinen sehr gefällt. Setz dich. Wo ist Karl? So isst man Kekse richtig. Im Babystuhl am Tisch. Komm her, Baby. Setz dich. Oh, gut. Hier hast du einen Keks. Iss. Guten Appetit. Mamas Schule. Weine nicht, Kleine. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe dich gefüttert. Ich habe dir die Windeln gewechselt. Hier hast du ein Spielzeug. Hey, ich schaue mal nach, was die Mamas machen. Sie zeigt Karl neues Spielzeug. Was ist das denn? Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Das ist ja eine Spielmatte. Alles klar. Ich weiß, ich muss dir auch so eine Spielmatte machen. Geh raus. Geh raus. Geh raus. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Spielzeug. Jetzt weinst du nicht mehr. Ich schau mal wieder nach, was die dort machen. Sie hat ihn auf den Bauch gedreht. Hm, ich muss dich auch auf den Bauch drehen. Erst massieren wir ihn. Dann drehen wir dich um. Ah! Ah!